Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis Feedback at heute.at Ein aus iD Central European University startet ihren Lehrbetrieb in Wien in der Quellenstraße 51 in Favoriten. Das hat die Universität aus Budapest bekannt gegeben. Zwischenlösung Favoriten Das Gebäude liegt in unmittelbarer Nähe zum aufstrebenden Sonnwindviertel und ist gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Aus EU werden die Studierenden im September auf einer Fläche von 12.000 Quadratmeter starten. Für die EU ist die Quellenstraße allerdings eine Zwischenlösung. Die Stadt Wien verhandelt mit der CEU derzeit über den fixen Standort am Otto-Wagner-Areal. Bürgermeister begrüßt Universität Wien als Universitätsstadt bietet für die CEU perfekte Forschungs- und Studienbedingungen. Wir bereiten dieser renommierten Universität ein herzliches Willkommen. Mit der Fixierung des Standorts für den neuen Campus in Wien ist gesichert, dass das Lehrpersonal als auch die Studierenden einen guten Start hier in unserer Stadt haben werden, so Bürgermeister Michael Ludwig. Stadt Wien unterstützt Planung Seit rund einem Jahr wird die CEU von der Stadt Wien bei der Umsetzung ihrer Pläne zur Eröffnung eines neuen Campus in der österreichischen Bundeshauptstadt unterstützt. Wien ist etablierter Standort für Universitäten, Unternehmen und internationale Organisationen. Die CEU ergänzt mit ihrem sozial- und geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt das Angebot der Wiener Universitätslandschaft ideal. Die überwiegende Mehrheit der Studierenden wird durch Stipendien unterstützt. Auch Finanzstadtrat Peter Hanke rührt die Werbetrommel. Wien als größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum erfährt hier eine weitere Aufwertung. Nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern auch wirtschaftlich wird damit Mehrwert geschaffen. Denn aktuell hat die Wirtschaftsagentur Wien ihr Beratungsteam für Expatriates aufgestockt, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der CEU bereits vor ihrer Übersiedlung nach Wien zu unterstützen. Im April ist ein Besuch direkt in Budapest geplant. Punkt. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. Jetzt kommentieren. Kommentar lesen. No. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.